So, was haben wir denn da? Windranger und Lion. Wie war das? Während Freezing Field kann ich nicht mehr sterben? Ja, richtig. Bist unverwundbar. Timber. Krass, auf einmal Slow-Twistled over ja auch. Holy shit. Krass. Na komm, versuchen wir es mal. Das wird gut. Hm. Ja, ich kann übrigens sehr viel gegen den Timber-Sog gehen, wenn das das Problem ist. Weißt du, das wird jetzt immer noch ein guter Trial-Lane-Hero? Nicht wirklich noch. Warum nicht? Man kann doch Slow-Stick spielen. Lame. Oder du Bärchen ziehen einfach. 5 Sekunden bleiben. Lieber Monkey, Monkey ist lustiger. Der Affen-Jung. Und so ist wie ein Shaker-Spiel oder sowas. Ist so ähnlich wie zu einem Sand King. Irgendwie Sand King, Shaker, Invoker ist irgendwie komisch. Da fehlt so ein bisschen. Wir hätten halt kein Physical, ne? Nur Visage. Ja, das hat dann doof. Das hätte mir eigentlich gefallen. Ich fang wieder den legendären Mask of Madness Bash of Sand King aus. Was? Weiß nicht, wer das beim Stigma gemacht hat, aber ich glaube, ich habe ihn von einer Friendless die dealt. Aber der Mask of Madness Bash of Sand King ist mir ins Gehirn eingebrannt, ey. Wow. Äh, behalten wir die Ward unten oder geben wir die nach oben? Eins sollte zwischen unten behalten. Okay. Das ist ja genau, die bieten wieder Geld. Juggernaut. Why are you always fucking Juggernaut? Das Set sieht aber feiße aus. In der Animation zumindest. Was ist denn Set? Vom Juggernaut eben? Wird er mich verarschen? Machen wir mich zu einer Clarity? Vielen Dank, Gabe. Das wurde irgendwas gepescht, dass irgendwann der Jego immer zum Kurier wird. Im Foundel? Ja, eigentlich schon. Außer bei mir, wieder zur Clarity. Ey, du musst nicht im Founden stehen, sondern du musst neben dem Kurier stehen. Wo? War relativ nah beim Kurieren. Ganz schnell. Yeah, Kurier gewonnen. Du kannst einfach den Kurier die ganze Zeit nicht hierher schicken. Man hat schon mal 3,385 die ganze Zeit. Ruhig smart. Und jetzt glauben die Leute, dass du ein Bounty Hunter bist. Wahrscheinlich. Ich verstehe. Interessante Cosmetic sein. Interessante Cosmetic sein. Kannst du nicht umdreht es da nicht? Geht sich einfach nicht um. Okay. Akzeptiert. Jeder hält AP? Okay. Ich finde das irgendwie unfair, dass der... Äh, der Juggernaut ist da. Monkey King 100 Movespeed mehr hat als ich. Ganz bin, ne? Verstandlich. Wir können das auf jeden Fall nicht contesten, übrigens. Äh, ich glaube auch nicht. Pass auf da unten. Ich geh schon. Ja. Ist auf jeden Fall gesünder. Einmal kurz gepokt, so. Hm, bringt nix. Ja, du könntest auf Level 2 und 3 einfach Sandstorms skillen und dann ein bisschen chillen in der Len. Ich glaube, dass wir groß Pressure haben. Ja, wahrscheinlich. Ach so. Das ist ein lustiger Tail zum Beispiel. Das ist ein lustiger Pick. So was wollte ich auch nehmen, aber irgendwie ist das nicht reingepasst bei uns. Heute ohne lustig. Frage ist, passt das bei denen? Oh, geht so. Die haben ne Menge Stunts oder so. Nein, 5 ist echt gar nicht so weit, wenn du uns beim Team hast. Ich wundere mich, warum die ganze Zeit mein Spiel so komisch rumlaggt. Den Stream einfach nur auf. Ich auch. Meins laggt nicht. Pass auch nicht. Witsch bei PC, Mann. Mach einfach gleich n Pull. Du kannst das gleich machen bei 15. Hm. Ist los Stiefel, jetzt müsste es noch passen. Wir sind geblockt. Ja, wir sind geblockt. Ja, wir sind geblockt. Ja, wir sind geblockt. Ich fahr mehr als den Laien an, oder? Dann schau ich ob wir uns Arten gepackt. Was war ein Gate in Sentry? Hm? Ach schon. Kannst du das die ganze Zeit stacken? Ich kann das halt mit Level 3 abfahren Obwohl ich habe keinen Punkt raus, vielleicht Level 4 Aber Level 3 geht auch Verdammt Gott sei Dank ist Lion so weak in der Land Wenn das jetzt Litch-Jugger hätten wir absolut keine Chance gehabt, glaube ich Mana für everyone Echt Nervig sein für ihn Der hat einen Pole gemacht? Apropos, ich glaube der Lion polt gerade Er macht einfach nichts, ein kleines bisschen Rumpelmitte auftauchen Na ja, gut Das war knapp Doch, ne Hat er nicht? Er versucht zu... ok Kriegst du einen Stack? Ne, Stack nicht, aber ich kann den Pole unterbrechen Mank, ich habe eine Salve für dich Mank, ich habe eine Salve für dich Überlegen, ob ich da bereits als 1 skill Hat der einen Senchi dabei? Der Lion? Oh, ich denke nicht Ne, hat er noch nicht Da hast du mich Ranger Mach ich buch die Corsic einfach Ja Da Chris, ist bei dir noch dabei? Einer ist hier noch Ja, der Ranching kann ich jetzt glaube ich nicht mehr testen Ja Ich geh mal runter pullen Ich geh mal runter pullen Ich war zu spät, sorry Weah Äh Bleih vergesst, du Steck Weah, weah Ja, es verdienen eigentlich die 3 Ist irgendwie auch nicht so ganz klar von dem was da so passiert und vor denen das ist die drei es ist halt super wird eigentlich kriegen den laden dafür ich bin wirklich schwach im fahrer ich zum jugger achtoni komm rüber pass auf von unten an der tusk, pass auf, pass auf, pass auf komm mal mit rüber ich glaube ich ein bisschen cool an auf primal spring und auf dem sun du hast jetzt, der läuft gerade aus also das heißt wenn wir, oh wir werden gleich geshackled alles klar, du nach rechts, ich nach links bitte ja und das möglichst schnell, also ich geh auch nur diesen kleinen haben wir hier spells denn ready? was zu machen, aber die nur raus kein margen wir splitten jetzt einmal ganz kurz, lassen die maiden wahrscheinlich sterben und dann schauen wir was passiert aber ich möchte jetzt ungern an die maiden gestreckt werden und auch dafür sterben hat die überhaupt shackle ja, hat sie gerade genutzt äh, ich weiß nicht an 18 sekunden coolanöffel war uns sicher, dass das schon wieder ab ist? naja, sie ist, hat es genutzt dann hat sie noch vier sekunden gelebt, dann ist sie gestorben jetzt ist sie respawn, jetzt ist sie rein tippet ja, wahrscheinlich ich glaube ich noch da mit reingehen solle, ne 47 ap also ich hab halt grave chill ab, aber das reicht glaube ich nicht ganz vor allem in 8 sekunden ist der task auch wieder da äh ne, der ist erst in ziemlich genau 13 sekunden wieder da ja, der braucht bisschen länger trotzdem, halt 8 sekunden lebt er wieder, dann tippet er 1 sekunden, ich kann auch 1,2 sekunden ok, dann wäre das smarte ja haben wir einen sunstrike, was denn damit eigentlich wir haben einen sunstrike, ja dann ist doch alles easy ja dann, hey, da nehmen wir dafür sag doch was, ich spring rein wow äh sunstrike das macht einen dunk ja well we tried wir haben auch nicht die runen bekommen jetzt dadurch, das war jetzt nix ja, das war jetzt nix trotz um noch, hast du umrunen bekommen auch äh, ja hab ich die andere liegt halt noch In Vogue? Okay. Der Jogger kann mir die Wave schaffen, weil ich da nicht vorlaufen kann. Ich brauche kurz um Hilfe, wenn du deine Stacke erfahrst. Das ist scheiße. Ah, ich bin schon da. Der Timber ist weg. Meins ist wieder da. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Elion war in der Mitte. Ich hab gerade schon ein bisschen gedivet. Ich hab keinen TP ab. Sorry. Ähm, okay. Ja. Das ist halt nur ein bisschen... Ich will halt nicht die Crewpafs nuken damit. Ja, so schlimm ist das nicht. Dann pull mal halt. Und wenn wir sie zum Rennen zwingen. Idealerweise. Oh, Mitte. Zipis. Nee, kein TP. Nee, kein TP. Nee, kein TP. Nee, kein TP. Oh, boy. Ich bin, glaube ich, dead. Ich bin ziemlich dead. Ich bin ziemlich dead. Aber ist der ziemlich dead. Was? 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 Ähm, ich habe zwei Leute gefunden hier. Oh, ich hab nicht mehr so viel Mahna. auf dem weg nicht den zimmer gekillt ich hab den zu safe gesehen glaube ich nicht den timmer, sondern den aufgemacht kurz ob ich oben runen bekomme, ich glaube eine bekomme ich aber nevermind, ich bekomme beide auf dem weg nach oben die sind sehr viele hier bei dir die wollen den watttower haben kann ich, ne kann ich nicht, ich bin zu fähig warte lass oben einfach forschen ja oh boy mach ich das bitte ach scheiß hab ich oben entschreien ich bin so voll doof man, sorry leute ich hätte euch helfen können brave, das ist dein guter halt ich war einfach, dann nutzen wir den schaden und fehlen den ein machen wir einen definitiven move runter um den tower zu holen der hat 200 abweh ich war ich war ich war ne zimmer ist ein bisschen zippiert gut gut das ist der wollte mich vom frischen abhalten juggernaut ist top äh wollen wir den tower nicht den einen ne wollen wir nicht ok ich lasse dir die klong gleich garantiert runter dann kriegen wir einen guten fight der line hat ja noch zu oben du musst nur eure tbs zu halten wenns geht du musst nur eure tbs zu halten wenns geht ich gehe hoch ich bin stärker ich bin stärker jetzt ich kann es sehen du kannst 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 Die ist unten, vorsichtig. Ich komm nach unten, T.P.E.D. Ich tue schnell die K.P.E.D. Dann lass mal unten den Tower oben und... Ähm, musst du dich dann top verteidigen? Wahrscheinlich, ne? Da, die Windranger hängt da rum. Lass mal die Windranger vor allem in den Tower holen. Kars kommt Tim, Basim, bei der Mittler. Äh, ich tippe top. Dich m-m-m-m... Gleich wieder... Ich hab Boundless Strike mit... ...M-m-m-m, wie der Task rüberkommt. Ich hab Boundless Strike mit... ...ähm-m-m-m... ...der Task rüberkommt. Ich hab Bounder Strike mit Crit Alter kannst du hochkampfen? Ja, Thomas Jugga ist 100 tp gerade Ich bin mit 30 Sekunden erst tp Ohohohoho LOL LOL Was denn? Ehehehehe Ehehehehe Ah Kann man aufpassen hier? Ich hab alles gar nicht Können wir Top weiterpucken? Jo, im Moment Ich will mich aber nicht zeigen Fassen bitte an mir Lassen bis die Tierrichter Hä? Der darf gerade auf Hit 2 Wow 200 tp, ey Alter Oh shit So Ich hab so viele Observer Wars die ich gerade nicht pläsen kann Ich hab sie abgelegt für dich Du hast zu überlegt was ich abgelegt habe Ich wusste es Ich hab so einen Extremseck mit Fisch im Raken Oh shit Wann ich nicht auf jeden Mal so einen Extremseck mit Fisch im Raken? Oh, nicht so schnell Manni! Achso, du willst wahrscheinlich eh, äh, vielleicht ins Triangle noch? Dazu, du, äh, zweiter Nett. Achso, Windranger und so. Ist unten für die Runde genommen. Was? Äh, go, go! Ich hab TP auf, cool ja, leider. Ah, schade, ich hab's nicht ganz durchbekommen. Jo, da geh ich aber jetzt nicht wieder rein, ne. Hühühühüh, die haben keine Dissection. Das ist blöd gelaufen, Leute. Ich hab mal nicht wieder Sands drauf, dann komm ich weiter. Können wir den Line killen? Sunstruck ab? Nicht, nein, ich hab den gerade gewusst gemacht. Hab ihn trotzdem. Hier ist ein Tusker. Noch ein Weg. Sunstruck da. Oh, er ist da. Damit hättest du mal nicht rechnen können. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Den haben wir auch. Ja. Oh, nope. Ah, mein Ding war zu kurz. Wer tankt? Wer tankt? Tank tankt? Äh, ne, ich tappe gegen den Jogger. Der CP rauskommt. Äh, easy. Der CP rauskommt. Der CP rauskommt. Das ist einfach ein bisschen länger. Ja, kommt die alle hoch? Ein Grayskift-Clack. Was brauch ich jetzt hier? Ich wähle ganz halt Diffusal Blade, MKW. Hm. Schau mal. Oh, Region. Nimm die, nimm dich nur das. Bin Ranger hier? Aha. Ich hab hier vorne so'n Timber-Strawn. Dein Jagger und Team boppt Timber-Shot zu euch. Zeig euch den Weg, wo er hingeht. Bump. Wir dürfen Timber-Gain für Sven Jagger. Thank you, Motherfucker. Shit, sorry, ich dachte Timber-Chat. War besser. Ich geh auf den Silver Edge gegen den Timber. Ich geh auf den Silver Edge gegen den Timber. Ich glaub ich als Stick benutzen sollen, bevor ich versucht, äh, also Stick, äh, Stun, auf den Uphill und dann hätte ich rausblinken können. Eventuell hätte ich ihn mit auf den Power-Shot gepanzelt. Ah, verdammt. Hier geht's. Ah, wissen wir nicht. Schliesslich. Schliesslich. Die Strukturen sind fortified. Nicht, noch nicht. Nein, ich sehe den Rest nicht. Jetzt um durch den Tower-Diener. Kann ich mit Crystal Mane ganz noch rüberkommen? Hm? Ja. Ich glaube der Jogger bekommt endlich oben den Terz. Der war stark. Der war richtig stark, Leute. Der war richtig, richtig, richtig stark. Au. Tut weh, ja. Ich glaube jeder, der Sand King schon mal gespielt hat, fühlt mich gerade. Das passiert zu oft. Noch besser funktioniert es mit Nyx. Zum Beispiel. Mit Nyx habe ich tatsächlich nie das Problem. Ah! Ah! Fuck! Ja. Ich krieg gleich noch mal rein. Also die sind gesaut. Ossa? Nehmen wir mit. Ich habe keine TP für den Jogger. Ich auch nicht. Der war eine Pipe. Ey, ganz ehrlich. Ich werde immer so verprüfen, glaube ich. Jetzt gehen wir ab, wie es mein Stamina ready ist. Hallo, wir gehen alle auf mich. Okay. Oh, Batman. Oh, Batman. Ähm, okay. Unten ist Return. Ja. Ja. Okay, du hast keinen Inventory-Slot. Ansonsten hätte ich jetzt einfach die Watson... ...die Hand gedrückt. Ja. Weil, äh... Hier wurde es. Äh, ich habe einen Joggt und ein bisschen mehr. Äh, Top-Help. Die sind ziemlich lieb da. Aber auch zumindestens... ...Rid. Bin-Ranger kommt von der Mitte. Die ist in 10 Sekunden da. Ja, der Bin-Ranger kommt von der Mitte. Ja, der Bin-Ranger kommt von der Mitte. Ich wollte den, äh, nicht einmal erwischen. Ab ihn. Was? Was war's denn? Ja. Whatever. Die Brüger sind doch alle tot, oder nicht? Ja. Damit würde man es scheitern. Das ist schon ein ziemlich gutes Gefühl. Jan, willst du die Tome führen? Next Gold? Weiß nicht. Oh boy. Ist echt angenehmere Sache, als durch einen Sandstorm zu laufen, mit Codesnap drauf. Null. Ah, Flap, Flap. Alles gut. Kommen sie alle zu mir runter. No, fuck! Ist das momentan... Ist ein runter TP' ich dann um den Tower. Kommen wir jetzt zu euch wieder. Na gut, fünf Sekunden. Die Tower ist eh. Fast down. Ich bin auf jeden Fall vor den Gegnern oben. Na? Der Familie hat zu viel. Ist auf jeden Fall irgendwo hier. Ich will grad rein, einfach rausstellen. Wir müssen gleich oben responden. Wir müssen gleich oben responden. Wir müssen gleich oben responden. Ich bin echt gut. Jetzt sind Charonautes unten. Und nach der Runde grad. Lassen wir's mal. Letzten Centro gebe ich dir mal wieder. Mhm. Ich komm jetzt mal. Jetzt rein. Wir müssen jetzt immer noch im Schloss. Ja da. Ich glaub ich nehm immer wieder mit dem Schloss. Wau. Das ist unfäh, ihr seid alles noch viel schneller. Wir mussten aber schneller sein, sonst hätte der Monkey nicht überlebt. Ja, ich weiß. Boah, du hab mich mitten in meiner Emotion erwischt, die Sau. War schon am Hüpfen. Bauen wir einen Crimson, ne? Oh! Oh! Einen Schrein benutzen, falls jemand mitmöchte. Ups. Oh! 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 Nutz ist hier. grate ist hier. Alleine und ne Ulti auch. Was ist los, Leute? Okay, jetzt weiter. Oh, Leute. Wasch? Reins? Nein. Bahn, pick-off. Ähm. Bitte nicht ein bisschen tief. Oh, 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 oh. Sehr schön. Linger ist raus. Ah, ah, oh, nein. Echt? Oh, ich kann. Alles gut. Oh, schade. Das war nicht perfekt. Das war nicht perfekt. Das war nicht perfekt, aber es war trotzdem verdammt. Linger ist. Komm, Linger. Hopp. Schön. So. Ravage. Oh. Oh, kriegt man nicht hier. Ich stand zwar kurz gut da, ey. Pff. Guck mal, ich krieg von unten. Tarsk in der Mitte. Komm, ey, du Sau. Wenn du Stun bekommst, hab ich einen Follow-Up Stun. Nein. 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 Spielverderber. Ja, lass mal raus holen. Wir haben Medallion, ne? Ja, ich komme. Überall hab ich auch vorhin. Äh, vorhin schon. Da oben haben sie uns zwar wieder gefunden, aber den da unten nicht. Ich hab Ulti gleich wieder. Böger ist noch nicht am Leben. Das ist ein Ausgangster, das. Aber ich glaub, du solltest einfach kurz den Rorschmer durchschen, bevor der Jugger rauskommt. Dann los. Erfug, Alter, kein Wetter! Dann los. Hahahaha. Die Kompo war gut, ey. Ja. Ja. Ähm. Ups. Du bist ja. Oh, hoppla, der war noch nicht geredet. Ab innen Ab innen Ja, was dann? Überreifend Aber in mein Tug würde ich Ich habe keine Warnung mehr. Ich habe keine Warnung mehr. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen geboren. Top. Top. Ich bin ein bisschen amit. Trudeln? Ich wünsche uns war es halt 0 dann, dann schnapp ich den Trimst die Arzt. Klar doch. Weißt du, wie du vielleicht in Ordnung hast? Ja. Holy shit, ich dachte nicht, dass Tornado die umbringt. Dann lebt doch niemand mehr, also von daher. Äh, Torn? Wenn man wie keine komischen Idioten im Team hat, ist das Spiel immer so einfach. Hätt ich gedacht, dachte ich. Okay, der kommt in Ordnung, der jetzt auch in Tornado. Aber nicht, wie man passiert ist. Alles klar. Ich hab Leute aufgelenkt. Ich hab dich aufgelenkt. Viele Wiese machen. Die Mieter ist super. Ich war immer viel zu selten. Jemand hat aber richtig gekriegt, ne? Der Gärtenkrieg, der hat alles gemüssen, nice Ja, cool Nein, ich bin gehext! Fucking hell, warum nicht? War nur so fett Schneller, schneller Fast hätte ich sie getroffen, war auch nur fast Nice Nice Seid ihr alle auf Capstalk gekommen oder habt ihr absichtlich groß geschrieben? Was? Seid ihr auch gerade alle aus Versehen auf Capstalk gekommen oder habt ihr absichtlich groß geschrieben? Gar nicht geschrieben Ich hab's, ich schreib das immer groß Okay Naja, war nicht ganz was ich geplant hatte War ganz gut funktioniert mit dem Monkey Maiden 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 ist cool Ich möchte, wir müssen nochmal Sand King spielen, weil dann hab ich Gold hier, wenn wir gewinnen Ja, Maiden ist doch cool, aber ich hab 4k Gold für Support-Intels ausgegeben Ja, dein Fehler, alle Anfängerfehler Wo ist mit dem, wo ist deine Weiters? Mann, kein Wunder, es ist wieder nix So wird das ja auch nix So wird das ja auch nix Ja Mal Mal Tag